So, jetzt habe ich mich auch ein bisschen reingespielt und brauche ein paar Health-Packs wieder. Ich habe nur noch zwei. Das ist wenig. Vor allem am Anfang, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Na, oh, nee, das war der falsche. Nee, doch, war der richtige. Hui, er ist tot. Bitte. Und eine amerikanische Uniform. Irgendwas muss furchtbar falsch gelaufen sein. Mir nach. Ich brauche meine Aufzeichnungen. Aber geht ihr mit Chefs? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin ein Scherz. Nimmt ihn, aber nicht mich. Nein, Scherz. Zack. Da fliegt er gleich erstmal 1000 Meter weg. ZMG-Energiezellen. Okay. Geh doch. Jetzt hänge ich hier wieder fest. Das ist manchmal so ganz komisch. Das sind zwei Wachen. Alter, ziemlich richtig viel. Geil. Zack. Nur noch ein paar Knochen bleiben übrig. So, was soll ich jetzt machen? Wo ist er? Ach da. Ich wusste, der mit Chef würde zornig sein, als ich mich weigerte, an der Singularität zu arbeiten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Ja, das haben wir alle nicht. Wart mal, ich hole mal das hier. Um nachzuladen. Was macht er da? Geht nicht auf. Na, warte mal. Das ZMG manipuliert den Alterungsprozess von Objekten. Es macht sie... Ich kann es nicht besser ausdrücken. Älter oder jünger. Sogar ein Safe kann mit der Zeit verrotten. Ja, versuche ich doch hier. Uns geht die Zeit aus. Bitte, manipulieren Sie den Safe mit dem ZMG. Ach, jetzt geht's. Na gut. Was ist... Da, nehmen Sie. Das ist ein Prototyp einer E99-Waffe. Sie kann instabil sein. Aber Sie kann das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Wow. Das Teil sieht nicht schlecht aus. Alter. Oho. Ist das der Hammer. Ah! Nimm das. Tot. Was? Ach, ich muss das gedrückt halten. Dann kann ich das... Alter, ist ja geil. Boah. Und er verliert gleich den Namen, ey. Nein. Nein. Das ist eine lustige Waffe. Nimm das und stirb, du Arsch. Boah. Kann mir auch sein. Er gebe ich immer zwei Schüsse ab? Zack. Er ist tot. Und du auch noch mal einen Freund. Zack. Alter, der hat seinen Kopf verloren. Nee, doch nicht. Er sah zuerst so aus. Boah. Die Waffe ist richtig geil. Und ich habe noch ein paar Schüsschen. Nein. Geil. Ich kann sowas von gut hier mit hantieren. Der ist tot. Boah. Der ist tot. Der wollte eine Granate werfen. Wow. Das war ganz knapp abgelenkt. Da ist noch einer. Zack. Nein. Ich habe ihn nicht getroffen gehabt. So. Keine Munition. Wo ist meine andere Waffe? Liegt die hier noch? Natürlich nicht. Vielen Dank. Wieso ist er so schnell hier hingekommen, ey? Ich habe noch keine Granaten. Meine Freunde. Komm. Renne ihn tot, mein Freund. Ich hänge fest. Renne rum. Renne rum. Der Doktor verschanzt sich. Also. Was kann man von ihm erwarten, ne? Der ist da. Ja, nicht ausgebildet. Sondern für die Wirtschaft. Für Wissenschaft. Warum sage ich jetzt Wirtschaft? Stirb. Stirb. Hä? Okay. Das war ein kleiner Fähnchen. Komm. Borisov. Borisov. Meine verfalle. Alte Kumpel. So. Tanke ich mich mal voll. Zack. Reinhaun da. Ah. I-99. Nein. Du Misers. Steck den Kopf. Hä? Hä? Was macht der denn da? Ob ist das so verpackt hier alles? Da kommt doch, meine Freunde. Ein Headshot. Granate. So. Der ist tot. Gibt's hier noch Freiwillige, die sterben wollen? Was? Du. Okay, mal sehen. Alter, ist das Hammer. So, tot. Oh nein, nur 46 Schuss. Ach, jetzt habe ich wieder 70. Ach, da bist du. Das ist auch ein Healthpack. Rein hier. Danke, danke. Danke. Oh, unser Doktor hat, glaube ich, Probleme. Wo bist du? Ah, noch ein Healthpack. Bam. Vier Stück habe ich jetzt. Eins kann ich noch aufnehmen. Aber wo ist er? Borisov, wo bist du? Hä? Wo ist er hingelatscht? Und ich höre noch Schüsse irgendwo. Das ist der linken Flanke hier. Hier eventuell. Nee, hier war ich schon drin. Hier. Nee. Ach, da ist er doch. Borisov. Open the door, please. Wo sind wir hier? Aha, hier können wir wieder bestimmt Damen hantieren. Ziel erfüllt. Nee, klappt nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Hier trennen sich unsere Wege. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich suche Schutz in diesem Turm. Und glauben Sie mir, wir sehen uns wieder. Aktivieren Sie diesen Riss. Er bringt Sie in Ihre Zeit zurück. Ja. Ja. 2010. Okay. Viel Glück, uns beiden. Viel Glück, Borisov. Käpt'n Renko, ich kann es eigentlich kaum fassen. Ich habe über 50 Jahre lang auf Sie gewartet. Aber für Sie waren es nur Sekunden, nicht wahr? 50? Erinnern Sie sich an den Turm? Stimmt, 50. Ich bin dort hin zurückgekehrt. Schien ist der vernünftigste Ort. Kommen Sie schnell, es gibt viel zu besprechen. Und halten Sie die Augen auf. Ich habe eine gemeinsame Freundin zu Ihnen geschickt. Was? 50 Jahre? Wer wartet denn 50 Jahre freiwillig? Wer zum Teufel? Entwürfe. Für Borisov. Entdeckt, Widerstands, erhöht die maximale Gesundheit. Ah, als Upgrade. Was ist hier? Wiederwaffe. Nee, verbessert. Verbesserer nennt sich dieses Gerät. Das verbessert was? Achso, jetzt muss ich es jetzt nutzen. Okay. Scharf schützen können wir. Ja, 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 schön. Impuls. Erhöhnt die maximale Gesundheit. Kaufen Sie ein Waffenupgrade mit E90-Technologie. Ich kaufe mir zuerst mal die Gesundheit. Dann kaufe ich mir zuerst mal die Gesundheit. Dann kaufe ich mir zuerst mal ein. Gut. Das heißt, wir sind jetzt schon mächtig geupgradet. Es geht ja nur noch ein höher. Und... Oh, Alter, ist das geil, wie viel wir jetzt haben. Lesen wir mal die Notiz. Seniortechniker Dimitri. Etwa stimmt mit meinem Bunsenbrenner. Hä? Ach, etwa stimmt nicht mit meinem Bunsenbrenner. Er funktioniert nicht. Selbst wenn das Ventil vollständig geöffnet ist. Können Sie ihn sich ansehen. Ivan Dasjet Vielen Dank.